Hallo meine lieben Katapelfreunde und Willkommen zu einer neuen Folge von Dishonored. Das geht nie wieder raus. Nie, nie, nie. Das geht nie wieder. So, jetzt wollten wir hier Ziele neutralisieren, Hauptaufkommen zu einer Falle auf verschworene Haupt- und Körnern. Sorge für Haupt- und Körnern, wenn wir suchen, wo wurde Dishonored nicht überlebt. Okay. Dann wollen wir das nochmal machen. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Wo müssen wir denn dafür hin? Ähm. Ich weiß es gerade nicht. Das ist ein Gegner. Okay, die Gegner sind wieder da. Umgenietet die Sau. So. Ich bin zumindest froh, dass mein Internet jetzt stabil und wieder gut läuft. Ja, was da ist. Ich werde so wohnen an mir. Ich werde mich dann nach oben drehen. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Gibt es hier keine Map oder so? So. So. Wo geht es nicht dran? Aber das sind zwei Gegner. So. Und geht es nicht dran. Oh, wir sind zwei Gegner. ja den alarm ich verstehe es nicht ich will es nicht bestimmt es ist auf jeden Fall der Alarm ausgelöst keine Ahnung warum egal ich habe das Quark oh die da hinten wissen noch nicht dass ich da bin ich habe keine Healtränke mehr das ist ungünstig ich habe auch keine Pferde mehr gut wie gar nichts mehr egal gehen wir jetzt zu dem Holger Square Holger Square ja zum Holger Square gehen oh oh da sind die Gegner die immer noch die das ist das ist das ist das ist das ist ist der Juckreiz der Schlimmste oder die Röder ich weiß nicht mehr du hast ist das ist na Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Einem großen Nichts. Ich spendiere Ihnen hundert Drinks. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Da ist er. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Körnau, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann Ihnen nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Houndpitzpap begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich Ihnen, dass er ein paar Tage lang ist. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie es sehen. Wow. GG. 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 Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah eins jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf, und da saßen wir ein. Was hat er einfach? Wer weiß, das Zeichen ist für einen Aufseher, oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und von uns ausgestattet wird. Befolgen Sie die sieben Gebote, und Sie müssen sich keine Sorgen machen. Okay, da musste ich mich nicht konzentrieren. Entschuldigung, weil ich nicht wusste, wie ich das mache. Das war ja schon ein bisschen easy. Der eine geht weg, und wo ist der andere? Okay, ich guck die schon mal an. Hier sind die Rädchen. Hier sind die Rädchen. Und der andere ist drunter. Den muss ich jetzt von hinten ab. Komm. Komm. Stimmt. Ja, genau. Mit Granaten. Gut. Keine Ahnung, woher die Typen auf einmal Granaten haben. Essen. Kabelwerkzeug. Deaktiviere Sicherheitsberichtung, oder manipuliere sie so, dass sie sie nicht anhaben können. Okay. Aufwachen. Warum kommen die denn alle auf einmal Macht? Ich auch. Ey. Wow. Ich bin so gut wie tot. Was ist das? Ich bin so gut wie ein Halt. Das ist super. Ich hab keinen Heald. Ich hab auch nichts. Spiele auf deiner Art und dann in die Welt, wie viele Wege durch die Missionen, Hauptstraßen, Gassen, Barrienten, Tunnel, Dächer und keine Wege gefunden und verschiedene Wege aus, um ein Ziel zu erreichen, was fehlt. Ja, durch die Massen würde ich jetzt ungern wollen. Hä? Doch, kann ich doch. Ich will jetzt nicht nur wieder sterben, ich will dann gegen die Mühltrank oder irgendwas hinten, das wäre relativ gut. So. Lol. Okay. Ich seh irgendwie gar nichts, dass diese Nachtsicht in den Moment, vielleicht kann ich da mal Bildschirm liegen. Okay. Achso, hier geht's weiter. Ich hätte ihn gar nicht töten. Ups. Upsi-pupsi. Upsi-pup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. So. So. Hier bin ich aber weg. So. So, was ist das denn hier? Oh, Gross Paul. Die können wir gut gebrochen. Das war gut. Oh ja, jetzt haben wir jetzt das Leben. Also, Ernie. Was ist mit hier? Gut, keine Gegner. So, was ist hier? Zum Zwinger gehen? Was soll ich für so Zwinger gehen? Kann ich da raus versuchen? Oh. Oh, was zu essen? Ne, wünzen. So. Wo sind hier noch Gegners? Jetzt bin ich im Haus. Das war eine dumme Idee. Wenn er uns hier erwischt. Ich habe doch schon hundertmal gesagt, dass sich Cambo oben mit dem Hauptmann der Wache trifft. Oder stundenlang geschäftlich sein. Okay. Das war ich von der Kuppen. Klar, da hab ich überhaupt nicht starben. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier unten bin. Kann ich hier irgendwo durch oder nicht? Ne, ne? Schade, wär cool gewesen. Ich will sie irgendwie nicht töten. Ich bin mir auch nicht zu weit. Egal, ich bin jetzt einfach nicht zu weit. Egal, ich bin jetzt einfach nicht zu weit. Okay, komm ich jetzt hier rein. Okay. Oh mein Gott. Ich bin drin. Ich bin bemerkt. Nice. Okay, die beiden sind schon im Gang. Werden sie bereit. Das ist ein Schnusselnachglotzer. Der Spanner. Das war's mit der Spannerei. Ach egal. Obwohl nein. Ich würde mal hier in die Ecke legen, dass die Titel zu sehen. Gut. So, ich müsste die Folge auch hier irgendwo beenden. Aber ich find's gerade unbedingt so entspannt. Weil ich den Typen jetzt endlich umknocken will. Umknocken will. So, ich glaub ich jetzt den hier. Zack, 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 zack. So, jetzt mach ich noch den aus. Zack, 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 zack. So, ich will hier in die Ecke. So, das war's dann erstmal für diese Folge. Äh, ja, ich weiß, ich war nicht sehr gesprichend wie letzte Folge. Aber egal. Gut. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Let's play Dishonored. So Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video. Das war Minecraft Folge 13. Da erzähl ich, warum ich die letzte Zeit nicht so viele Videos hochgeladen hab. Und, ja, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Eure Kartoffel. Wirklich processen mir dein wiege. Ja, wie ein besonderes Video. Bis zum nächsten Mal. Wirkliches autres